Wichtiger Mann heute Abend, Brandon Cook. Zwei Tore geschossen. Brandon, erzähl uns etwas über das Spiel heute Abend. Die größte Sache für mich war, dass wir mit viel Energie rausgekommen sind. Wir haben die Leute schon früh in die Zeit. Wir haben das schon früh in der Zeit. Wir haben das schon früh in der Zeit. Das war ein großer Faktor für uns heute Abend. Ich denke, es war wichtig, dass du heute Abend sehr früh ansteckst. Ja, es war sicher. Wir hatten ein paar früh ansteckst und haben den Tone. Es sind nicht immer die Gäste, aber die Leute in die Zeit haben. Und dann, wenn dieses Spiel beginnt, gibt es uns ein bisschen mehr Gäste. Das war wirklich großartig. Die Fans fragten mich, was mit Brandon Cook in der nächsten Saison passiert. Ich denke, dass du für die nächste Saison ein Kontrakt hier in Bremerhaven hast. Du hast das? Ich glaube so. Wer hat das gesagt? Ich habe das gehört. Ich liebe es hier. Ich habe es hier vollständig erwartet. Ich will nicht mehr sagen. Aber die Dinge sind gut hier. Ich hoffe, dass du hier bist. Danke dir. Danke, danke dir. Danke, danke.